diese steilen aufgang meine ich den kennen hier das hat auch schon keine puste mehr da haben ein baum jemand hast hier sind wir auch schon gewesen da geht sie darunter verlaufen schaudrige musik weder der kinder kann die boxen mir wird es auch dunkler gerade hier und es wird nacht ja diese felsformation können wir auch das heißt wir laufen das auch mal im körper vorher zurücklaufen die ganze mit das umsonst gemacht es ist echt schwer irgendwo den richtigen weg zu finden da sind wir wieder da aber im kreis gelaufen ist geil die ist auch schlecht eine wegbeschreibung vorwärts schmieren was hatte die was ist denn die karte wo wir uns gerade auffallen ist immer ein neuer roter Punkt unten links da bin ich komme ich unten links gerade nicht weg das ist alles irre für heute einmal in kreis gelaufen man sieht da unten beim Kompass wo die schnur ist wahrscheinlich sind wir den Weg gerade gelaufen in großen einmal komplett rum aber er sagt soll nach rechts das ist schon wieder keine booster hat was ist denn das schon der ist schlimm der hat der kann gar nichts mehr ist die Frage runter aber wir sind ja glaube ich glaube ich da hochgelaufen und ich gehe jetzt nach unten das ist mir da kommen wir nicht lang aber man hat gesehen dass diese diese gollums hier viel ich weiß auch nicht wie ich denn beschimpfen soll es kann auch volle mord sein eingeschützt aber hier die stelle kenne ich noch nicht da kommen wir wahrscheinlich ja das ist typisch dass wir da auch wieder nicht lang ja genau aber hauptsache den Weg da hinführen ihr seid ja so schlau man hört das gefrorener Eis unter unseren Füßen naja ich weiß wir sollen da lang aber ich muss mir erst mal einen anderen Weg suchen damit ich da hinkomme dreimal im kreis laufen nö er hat wieder keine puste ich muss doch da ding hoch ach das war der das war wir waren mal auf der auf der auf der rechten seite also hinter den felsen hier wo der bach runter ging da sind wir ja auch schon mal hoch jetzt bin ich total verwirrt jetzt weiß ich gar nicht mehr wo ich lange soll da sind wir mal runter gekommen jetzt bin ich total verwirrt ich habe keine ahnung mehr da war der blöde Bauch umgestürzt vielleicht vielleicht dann doch mal da lang ich weiß es nicht das ist ja schon hier gewesen hierher gekommen sind das ist alles der gleiche scheißweg ist ja da waren diese diese felswand mit den holzbäumen drinnen holzstämmen das heißt jetzt hier hoch das kann ich wobei landen müssen ich verlaufe hier nur noch ist hier auch kein geheim Weg oder so was da sind wir ja gekommen das heißt jetzt hier ein bisschen ausdauer täte der mei die auch mal ganz gut so ist mehr Sport machen können du komische Studenten man wird sich durchatmen warte mal schaue ich mich erstmal hier oben um so wo hier sind wir vorhin auch gewesen wir sind von da hinten gekommen vielleicht kann ich in die Richtung wieder runter und irgendwie anders laufen vorhin sind wir glaube ich da vorne rein oder sind wir hier rein schnell hoch jetzt hier lang das Gefühl wir entfernen uns ziemlich schnell immer weiter von dem oder Kompass uns hin zeigen ein und ein m die sind die lehrt aber so gut wie keine das ist ja nicht lang soll das ist einfach mal hier scheiße t da schweig wohl dass wir die richtig sind nur aber dass wir richtig sind ja 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 gib mir grad die pumpe ja ich werde ich dir jetzt los jetzt hör aber auf jetzt hör aber mal auf krasses herr richtig krasses pferd so bist du jetzt mal fertig mit lahm mit einem komischen server hier kolottischer server steen ist das ist ach ich darf weiter machen schön wo bin ich denn hier ich kann mich nicht an diese dinge erinnern riesen schlucht bekommt ihr nichts bekannt vor grade echt nicht kommt überhaupt nichts bekannt vor gerade oder täuscht das jetzt ich gehe mal runter vielleicht sehe ich gleich irgendwas wo ich sage da kann ich mich vielleicht daran orientieren oder merkwürdig ich bin irgendwo hochgekommen und zack war ich tot ein riesen fisch willi ach der kam ja ich glaube wir kamen von da unten hoch und dann hat er uns geschnetzelt so nächster speicherpunkt wäre dann halt hier oben gewesen ach wir sind einmal im kreis gelaufen das hatten wir auch schon scheiße ja er hätte da keine pusten zyklopel ja 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 ich weiß dass wir sind um nur weiß ich nicht mehr wo das andere waren scheiße hier kommt also so so und so und so ein stinkender iltis und möppel und ja da war ich jetzt am besten runter und dann haben wir es hinter uns es macht doch keinen spaß mehr das war ich meine hier muss mal lang das war stoppen ja 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 Doppel jeder war hoch das ist der Mann steilen auch was kann sein dass es falsches hier hoch wenn ich die Stelle hier oben oder kenne ich die Stelle jetzt nicht gerade doch hier schon da das heißt runter dann läuft er noch langsamer als vor ich weiß wieder wo wir sind aber ich weiß nicht wo ich vorhin lang bin kann sein dass es hier war kann sein dass es aber auch wieder falsch ist heftig da war die Höhle genau ich glaube dann war das könnte auch mal windstill sein finde ich da wird die atmosphäre wird dann noch dreimal dramatisch würde noch dramatischer rüber kommen in der zwischenzeit ich dann einfach diesen musik sound den sie damit eingebaut haben bei dead by daylight weiße diese romtamtam oder so dann sind wir glaube ich hier runter da sind wir hier runter gelaufen da sind wir durch da gehe ich jetzt nicht lang die Höhle kenn ich nämlich von vorhin das heißt es ist immer jetzt einen anderen beschissenen Weg jetzt mal hier lang da die Partei keine Puste das ist das ist es nervig ist der Frack offenes gelände musik sound Genau solche Stellen meinte ich. Sind wir wieder beim Anfang? Tja. Vorher sind wir glaube ich in die Richtung gelaufen. Das war zu dem Berg. Aber da sind wir irgendwie falsch gelaufen. Ach, okay. Komm, bewegt dich mal. Dieser Typ, ey. Der nervt. Der Tonschädel. So, wo laufe ich jetzt lang? Wo laufe ich jetzt lang? Und jetzt auch. Vielleicht will ich aber auch da lang. Aber was sagst du? Was sagst du? Da oben war ja zerleuchtende Bär. Kann auch sein. Das kann sein. So ist das aber. Das heißt, ähm... Hm. Ich verstehe nur Bahnhof. Er hat wieder keine Puste. Das heißt, es dauert wieder ewig. Ja, das Zelt kennen wir doch. Dann bin ich noch beim letzten Mal bin ich da lang gelaufen, Richtung Rot. Das heißt, ich versuche jetzt einfach mal einen Weg jetzt darüber zu finden. Da ist der Schneise. Ja, bewegt dich. Ich bin absolut nicht begeistert von ihm hier. Der hat echt nichts drauf. Wieso steine liegen alle irgendwie in einer Reihe? Oh, der Wind, ne? Das ist so dramatisch gemacht. Echt mega dramatisch gemacht. Oh, flitz mal hier hoch hier. Oh, was für eine Höhle ist das jetzt hier? In der Höhle schneit's. Das gibt sehr viel Sinn. Diese Höhle kenne ich jetzt nicht. Also bin ich noch nicht gewesen. Oh, zu genießen. Geiler Song. Kuh gemacht vom Moos, tropft das Wasser. Welleneffekt. Nicht schlecht gemacht, doch. Also gewisse Details haben sie hier doch echt sich mal Mühe gegeben. Jetzt sagt bloß, ich komme hier nicht hoch. Bist du doof oder was? Ich gebe es jetzt hier. Hier ist eine Höhle weiß und jetzt darf man hier nicht mal lang. Ich gehe krachen, ey. Da kann man leider nicht hoch. Aber ich sage, das ist ein Lilliputana. 60 Zentimeter beim Erdboden und er kann nicht mal locker hier hochsteigen. Geil. Fail. Soll mir das Ding irgendwas sagen? Das ist ein Stück vom Zaun. Vom Lattenzaun. Was ein geiler Sound, ey. So. Da ist nix. Das heißt, wir gehen jetzt links. Gehen jetzt hier weiter. Gucken wir mal hier irgendwo was finden. Langsam runter. Sonst brechen wir uns noch was. So. Ja, bewegt dich ruhig mal. Okay, da kann man nicht lang. Was wir gehen jetzt hier lang. Ich habe vergessen. Der hat wieder keine Puste. Er sagt, wir sollen in diese Richtung. Vielleicht gehe ich in diese Richtung. Vielleicht kann ich außen rumlaufen von hier aus. Darum es schon irgendwie so Loch zu sein. Darum das, das war nicht da. So komisch ist. Kommt so vor, als hätte ich immer weniger Ausdauerpuste. Wir sind auch schon ziemlich lange unterwegs. Jetzt haben wir mal hier. Einmal im Kreislau. Wieder totem. Gucken wir uns das mal hier unten an, würde ich sagen. Oder? Ich möchte mal hier unten wieder irgendwie so ein Speicherpunkt zählt oder sowas. Das haben wir jetzt ja seit längerem wieder nicht gehabt. Knarzt. Das wäre ich irgendwie so eine Erblockete unterwegs oder sowas, ey. Eigentlich wollte ich hier jetzt nicht lang laufen. Wir haben ein Stück Wald. Das könnte auch der da unten rechts sein. Auf der rechten Karte. Da sieht man so ein paar grüne Dreiecke. Also als Wald bezeichnet. Ich meine zwei hier, ich meine- Meiste of Jimmy. Alles Fert shall in rede. bubbles lod. Die어서 der Werte will also anywhere hin DFAT vied. Krieg war bei mir, ich ververteile isolate. Währends Service geht. Bis zum nächsten Mal. Laufes ηалисьza. Du Hasta nachbours. Auch Geschichte. Vielen Dank.